Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Aha, ich kriege ein Handwort, aber gut, ich komme ja aus. Anton, eine Frage, Herr Anton, sehr gut. So, wie heißen Sie? Ja, Hänzchen, nein, also, Herr Hans, sehr gut, ich komme ja aus, gut. So, damit frage ich gleich weiter, wo sind Sie denn vom Beruf? Es ist so schön, ein Musikant zu sein, also, dürft ein Musikant sein vom Beruf, ne? Passt, super. So, dann frage ich gleich, Herr Hänz, wo sind Sie vom Beruf? Ein weißes Brabapier, das dürft die Nordmann Norden. Ja, Herr Musikant, da wird es noch manchmal ein bisschen mehr dauern, da sagt ich da Ihre Frau dazu. Dann sind wir noch so heimgekunfts, okay, keine Frage, wissen wir. Ja, und bringen Sie da Ihre Frau zu, verstehen, und dann auch hier da was mit? Ah, Tulpen aus Amsterdam, sehr gut, wird Sie sich sicher gefreut, ne? Ja, und wo waren Sie beide eigentlich? Ja, und wo waren Sie beide eigentlich? In Kufstein, das Kufsteiner Lied, kennen wir natürlich alle, das ist keine Frage. Na ja, aber Kufstein ist ja weit weg. Ja, mit was haben Sie denn da jetzt zu uns hergekommen? Ja, aber nein, was haben Sie denn da jetzt zu uns hergekommen? Wahnsinn! Das muss ja eine wunderliche Anstellung besser sein, daher. Atemlos, keine Frage, was? Das muss ja nicht so hergekommen. Ja, sehr gut. Wir haben uns sehr trockenen gern, Herr Hans. Wenn in einer kleinen Kondiktorei hat es können, wer der Dolm wird ja ganz romantisch gewinnt sein. Und wo haben Sie hier eine Frau kennengelernt, Herr Anton? Ein Brunnen vor dem Tore! Sehr! Na toll! Kann ich nur sagen, ist ganz romantisch. Und was hat denn hier eine Frau, Herr Anton, die war für einen Beruf? Ah, viel Beruf, die ist ja sozusagen meine Friseurmeisterin. Keine Frage, ja, geh nicht mehr aus. Und Ihr Sohn soll ja auch so einen schönen Beruf haben. Über den Morgen. Er ist nämlich Flugbegleiter geworden seit einem Jahr. Na super, sehr schön. Ja, obwohl Sie eigentlich gut gesehen wurden, dann muss ich in meinen Einsatz kommen. An der Nordseeküste war ein Urlager. Super! Und ist natürlich sehr schön. Wo macht es denn da genau? Das hätte doch schön interessiert. Auf der Reeperbahn vor in Hamburger, super! Sehr schön! Gut, kommen Sie uns aus! Ja und, die Nordseeküste ist ja noch ganz schön ent Damen, aber Printanz. München steht ein Hofbräu aus, ja keine Frage, war in München natürlich auch, sehr gut, ja und, ihr gehört ja wohl noch, ihr habt eine Kreuzfahrt gemacht, Simon, ja schön, und haben sie auf der Kreuzfahrt, auf der Masse gehauen, was gehabt hat? Ja, besser gesagt. Ah, ja, wo waren sie, wo waren sie auf der Kreuzfahrt, da ist sie. Ja, auf der Masse gehauen ist ja der Kummer der Kreuzfahrt, hätte ich halt vergessen, jetzt zum Braben, gell? Und haben sie auf dem Masse keine Angst gehabt, wenn sie so mit einer großen Ski fahren? Puh, nein, mein Gott, zu dir! Das hat's, 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 das hat's nicht, da muss's gespült, da, ne? Ja? Meinen Sie? Ja, weiter geht's. Ja, meinen Sie, eine Kreuzfahrt ist schön, aber wohin werden Sie den Heuer verleißen? Nein, 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 nein... ... ... ... ... ... Ja, super! Und ich weiß doch nicht, dass ich noch ein Kuh kenne an denen. Und was gibts denn du? Nein, welche Scheme gibts du? Natürlich! Keine Frage, das ist natürlich sehr gut. Und die gehört sich von her noch in Italien. Wo kommst du hin? Ah, super! Falt auf Kappli! Fischen wir scheinbar, ne? Da wird ein Kappli-Fisch gespielt. Super! Und die Medellin habe ich gehört, da gibt es so schöne Frauen. Komm! Ähm, komm! Ah! Rote Lübensorten aus! Also das Asymptomen kriegen können. Warte, schön! Ah, Marina! Auf die Kassen! Alles klar! Ja, aber dann sind sie schon bald nach Hause gefahren, die mir auch auf die Dorfstation machen. Ja, das ist so. Und die Krei waren da! Bei Memo von Krei. Aha, schön! Und sind sie auch in Erbten noch gewesen beim Hamburgern? Ah, am Mördersee, da haben sie Rosen gesehen und wir hätten das eh gut. Ja, jetzt muss ich da in den Saal reinschauen, da sitzen zwei Bürgermeister, die ja vielleicht jemand in den Eingriff anspülen. Wer soll das bezahlen, denn das kostet eine große Verbrechung, ne? Sie, gerne, Robert Biermann, du, zieht sich gerade ein Thema aufgespülen. Der alte Sünder, keine Frage, was funktioniert, ja? Ja, meine Damen und Herren, jetzt haben wir die zwei Musikanten immer so ein Guster gemacht, dass ich es jetzt auch mit denen da ein Stückchen Witz spiele. Wir haben auch ein Instrument hergehalten und das bringt gleich auf die Maschine. Hoffentlich geht's noch und wir werden noch kurz ein Stück zum Abschluss spielen. Vielen Dank. Applaus Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.